Hallo Leute, mein Name ist Sozialer Inzog und damit herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate Five-Life-Challenge-Story-Modus. Ja, der letzte der drei Bosse der Dunkel-Ebene steht bevor wir den Final Boss besiegen müssen, der Dunkel-Ebene. Ja, es ist Dracula höchstpersönlich. Zwei Formenkämpfer und ich werde ein letztes Mal Wulf opfern jetzt. Denn Wulf brauchen wir gegen Ende noch für Ganondorf. Denn Ganondorf ist der einzige Boss, der uns nicht umgebracht hat und uns noch ein Leben abziehen kann im Final Fight. Denn die Bosses sind ja die ein und dieselben. Weshalb ich jetzt gucken muss, dass ich überlebe. Kurz, bei Gan müssen wir besonders aufpassen. Da ist er. Boah, ich hab sein Moveset vergessen. Ach, man kann ihn ja nur von oben angreifen. Das vergaß ich. Zumindest in der ersten Phase. Ja, da ist ja Wulf mal völlig viel Kats. Nur der Kopf geht als Hitbox. So was wie der Donner von Pikachu wäre jetzt praktisch. Yes, ich hab ihn. Oh nein, er macht so eine Bälle. Bälle bäht. Was auch immer. Aber ist die erste Phase noch die leichte? Dann zum Zeichenball. Wo ist er? Und dann geht's. Jetzt ist er um einiges verschwert worden mit dieser Version Bälle schon wieder Und Feuer Ja, die Teile verfolgen einen Jetzt, ich hab ihn Wir haben sein Feuer Bälle Hab ihn noch Das hat, oh, das Damage geht es? Ich hab die erste Phase, okay Aber das ist ein zweiphasen Charakter, verflixt Aber jetzt ist er überall damagebar Und er hat echt miese Geschütze Jetzt gibt es keine Ruhe, Pause mehr Die Dinger verfolgen einen Ich muss irgendwie überleben Ne, das war's Ne, das war's War klar Oi, 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 oi Aber Wolf, du hast dich gut geschlagen Mal wieder Jetzt werde ich dich nicht mehr einsetzen Zumindest bis zum Finale Da brauche ich dich Da brauche ich dich gegen Gendorf Wir lassen die Mains nun regeln Und vielleicht fordern wir ja heute noch in diesem Part auch noch Den anderen Gegner raus So Wir regeln das erstmal mit Mimmin Ohne die Heilfunktion hätten wir das wohl niemals geschafft Also Celiwi braucht man ab hier Da kommt er schon wieder Das schwierige an seinem Kampf ist halt Die Tatsache, dass er nur am Kopf verletzbar ist Aber mit Mimmin kommen wir besser da ran Sogar mit dicker Kugel Wenn man von Kugeln spricht Backo 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 Sogar mit Mimmin Sogar mit Mimmin Sogar mit Mimmin Come on, nur noch einen Treffer. Habt ihr die erste Phase? Jetzt kommt die zweite. Boss geht's! Ui! Ai, ai, ai! Ja, wir werden etwas länger, als die anderen beiden Bosse da anhängen. Hab ich's nicht gleich mit dem Drehtal gemacht. Das Ding kommt bis zum Kopf! Der fickste Springer! Macht ja nicht allzu viel Damage! Was sind diese Verfolgung klappsam? Keine Ausweichmöglichkeiten gewesen. Der fickste Springer! Der fickste Springer! Der fickste Springer! Die Springer! Der fickste Springer! Der fackste Springer! Oh. Okay, that's set me, that's set me. Phase 1 hatte ich einfach eine Erinnerung. Okay, wenn es nicht auf den langen Weg geht, nehmen wir halt den kurzen. Kirby, rahm seinen Kopf ein. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich habe ihn noch erwischt. Daneben ist auch vorbei. Wo bin ich? Oh, tot. Ja. Alles klar. Einfach mal tot. Ja, den Schaden muss ich leider kassieren. Schöner Treffer auf den Kopf. Auf mich verhält. Diesmal war er wirklich. Oh. Autsch. Ich bin ich nicht von den Flammen erwischt worden. Schöner Treffer und dann auch noch getroffen. Schon wieder? Was sind das für Flammen? Mal wieder. Dieser Dracula. Jetzt verstehe ich warum Richard und Simon auf denen so wild sind. Das sind Verfolger und Flammen. Mal wieder. Nu darf er nun wieder alright. Da muss dieser Boss auch zwei Phasen haben. Der kommt jetzt von der anderen Seite raus. Und da pette ich ihn. Sehr gut. Das fehlt er nicht. Von einem, der schießt tote Seelen. Von Chotei. Nein! Irgend so eine random Flamme mal wieder. Warum muss es auch ein Zweitphasen-Gegner sein? Und von allem der einzige im Spiel. Was ist das traurige an der Nummer, ohnehin. Und dann kommt gleich woanders runter. Was ist das? Gibt es ein bisschen Damage. Crap. Und ich vermasselt. Ja, ich kann mich gleich umbringen. Ja, ich bin tot. Ich muss ihn unter 50% die erste Phase besiegen. Um überhaupt eine Chance zu haben in der zweiten. Irgendwie habe ich es überlebt. Pass. Oh, das ist eine Verfolgung, Slum. Unter 50%. Oh, das ist eine Verfolgung. 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 selbstverständlich, um schneller runterzukommen und auf den Teleporter. Und hier sind wir schon. Okay, jetzt muss ich mich nur noch überlegen, wen ich jetzt Opfer für den Kampf. Luftangriffe, das wäre schön, aber ich habe keine 90 zur Start. Schade. So Leute, das war's für diesen Part. Etwas kürzer als sonst, aber dafür kommt der nächste Part ganz schön lang. Denn es ist immerhin ein Main-Boss. Damit danke ich für's Zusehen. Like Social, lasst now da. Und drückt die Daumen, dass wir es das nächste Mal schaffen. Einer wird auf jeden Fall sterben. Oder besser gesagt, ein Leben verlieren. Ich glaube, ich werde es Steve draufsetzen, da ich Steve nicht kann. Und... Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020